was geht lieber bros und brosinnen und willkommen zurück zu league of legends story the ruined king so wir sind immer noch im versteck der widerhaken und ich habe so die befürchtung wenn man sich so die map anguckt hier hatten wir das letzte mal einen rastplatz hier müssen wir im büro des aufsehers ich erwarte ein post ja ja dann schauen wir mal was uns erwartet ich glaube ich musste dabei erklären wie man einen pranger benutzt weil das ist irgendwie falsch ja ja den schützenkapitän habe bisher noch nicht gehabt als gegner jet ist auch eine einzigartige unit schützenkapitän immun gegen betäubung alles klar so verursacht leichten schaden hat 1600 leben das ist schon einiges mal lacht leiten schaden für moderaten schauen die tarnung gift klingens kopion stich das halt die type so ist falsch wie ich sagen schießt aber mal auf alle mit dem mit dem stil so damals wenn du es wenn du es machst auf die schadens leben haben wir dann da sind wir raus aus dem kritischen bereich und wir sind nach der schützenkapitänin dran die frage werden als erstes aus dem ich würde erst dann den kanonier und an die kapitänin jungen machen so ein weiterer tentakel das ist gut fortune kann jetzt besser kritten dann können sie ja mal auf jet den normalen spell machen damit halt hier sprunghaft aktiv wird und insofern sie den nächsten zu klingen können ja noch mehr selbst ich werde jetzt schon mal nicht viel für braun vorbereiten ganz genau mein große also könnte man gerne die kommentare schreibt aber brauchen kann man doch einfach nur die viel aus fremdwort dafür dienst gilt ich meine der 76 leben da wird eigentlich was anderes auch reichen ich würde mal die doppel ladung ausprobieren dann haben wir auch wenn ich in der letzten session noch mal geupgradet genau wenn das erste ziel besiegt wird und sonst zuerst angreifen damit aber warum kann es nur schilden und selbst sei also ich verteidigt man ja das würde ich sagen ist effektiv so ja es ist genauso wie ich das dachte so muss diese zweite kleine leiste auch noch für damit die laurie den zweiten und die spiel einsetzen kann der kostet einfach mehr okay da steht es dann auch zwei alles klar so funktioniert das betreibt kann sie ja nicht werden müsste müsste man nicht wieder ja doch das ja ja sie kann jetzt bei ihren links einsetzen die ultima sagen das wortchen sollte bringt hier nicht so viel und dann hat sie die maximale anzahl der zentakel aktiviert kann ich noch schneller reden schaden dann kannst du mal bei der land fähigkeit mit ihm das mittel zurückwerfen machen aber ja oder hier wird dadurch sehr sehr stark auf jeden fall aber kein frau von unseren oder sich schön sicher ist ich ja wie greift es ein mit dem titel das untermachen derg schnell und dachte eigentlich haben wir alle nicht die verweiten tag haben ich finde ich zwar mit ihrem tag lang ganz genau obwohl ich glaube für die gibt es gar nichts handfeuerwaffe handfeuerwaffe ich habe sogar einen level höher als die derzeit gewaffen von uns wortchen so neue ultimative fähigkeit gletscherspalte lol das ist natürlich die gelten ja und wir haben gesehen wir haben wieder auffettungspunkte das werden wir aber wie sonst gewohnt auch wieder zwischen den episoden machen dann von und von von Da hätten sie auf jeden Fall noch was leuchten können. Und rein gelachen. Nein, nein, da draußen hat er eine Truhe, wir gehen jetzt nicht raus aus diesem wieder versteckten. Wollte gerade sagen. So, da hinten haben wir noch was liegen. Wie man einen Luggifisch ausnimmt. Hallo Westy, ich weiß, dass du noch nie einen Luggifisch oder Luggifisch ausgenommen hast. Es ist gefährlich, aber ich lebe schließlich noch. Ich erkläre dir, wie man sich hervorgeht. Erstens, säuber den Fisch von außen. Schmeiß den blauen Klipper zurück ins Meer. Zweitens, nimm das schärfste Messer, das dir der Vorarbeiter gibt, und schneide die Hirnschale mit einem einzigen langen Schnitt auf. Drittens, das Gehirn versucht jetzt zu fliehen. Wehre dich nunfalls. Viertens, das Gehirn ist im Grunde ein zweites Tier, das du nicht benötigst. Du kannst es töten, aber genießbar ist es nicht. Fünftens, der Luggifisch wird jetzt sehr heiß. Wir fielen in einem Bottich Meerwasser. Sechstens, atme den Dampf nicht ein. Achtens, nimm die Organe heraus. Achte weiter darauf, den Dampf nicht einzuatmen. Neuntens, du musst jeden töten, der den Dampf einatmet. Wiederhole das Ganze und entferne das zweite Tier. Atme den Dampf nicht ein, sonst wirst du das zweite Tier. Hab dich lieb, Besti. Bitte atme den Dampf nicht ein. Die Gottenschutz. Ich hätte das Gefühl nicht lust, dass er den Dampf nicht einatmen sollte. Was für geile Storys hier sind. Ach, wenn der Dampf nicht ein. Nein. Das gefällt mir auch. Das ist wirklich schön. Schließen. So, hier haben wir anscheinend nichts mehr. Dann gucken wir doch mal hier draußen. Da müsste er jetzt der Scharfschütze sein. Wollte ich, ich habe hier, ja, ich glaube, hier ist alles weg. Okay. Wir haben auch Regeln. Nice. Wir können es aufdecken. Äh. Wir sind doch noch. Ja, nur der Scharfschütze ist jetzt weg. Ich gehe mal den normalen Weg. Rasten mal ganz kurz. Ja, dann machen wir uns auf den Weg zu so einem neuen Zielort. Wir wollen jetzt dann doch mal bei der Gelegenheit ablegen. Rasten. Beziehungsweise was wir noch machen können, dass wir gleich nach wie viel Gold wir haben. Ja. Und wo der nächste Laden ist, an dem wir hin können. Weil ein bisschen Tränke... Mölle! Und es hat mich hier zerschreckt. Das war ja auch dick. Hä. Ich glaube, hier werde ich jetzt so nicht mehr rauskommen, ohne in den Kampf zu geraten. We have to approach them to get to the Ausgang. Ja, warte. Ey, ey. Ich mach's... Wenn ich schon jetzt die Wahl habe, entweder so kämpfen oder so kämpfen, dann nehme ich mal das Seil hier. Ich stehe jetzt die ganze Zeit so vor dem Beingang ab. Ich steck dich. Ich steck dich. Ich steck dich. Tschüss. Ne, 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 mein Dicker, wie so schneller als du. Ja, schieß doch gegen die Wand, mir doch egal. Juhu. Dies war krass. Jut. Ich glaube, du musst da interagieren. Ah, ja. Ähm. So, äh. Wir gehen aber raus, wovon wir das machen, sollten wir erstmal nachbauen. Und wohl, Hafen macht eigentlich Sinn, ne? Äh, Maps. Wo müssen wir da hin, Load-Quest? So, äh, an Bord des Schiffes. Alter, wie gesagt, der Stream kackt bei mir manchmal so sehr ab. Ich hab so die, die... Ja. Macht Sinn, wie gesagt. Also, geh rein. Ähm. Da hat ungefähr so die Quelle wie damals hier so 2009, 2010, wo ich noch, äh, natürlich ganz legal, äh, die Bundesliga Streams anguckt habe. Ah. Ah, ne schöne Geschichte. Ich freu mich jetzt auch aufs Schiff. Mal gucken, wie es aussieht. So, äh, Händler hat es ja auch gesagt. Genau. Da unten sehe ich schon mal Gold-Symbol. Da könnte der Händler sein? Ja, Händler. Ah, ja. Jetzt sind wir, äh, fahrt hier einfach entlang gehen. Eieieiei, ich seh ein Piksel. Dass du weißt, wo es lang geht, ich weiß es nicht. Waren ansehen, natürlich. Ach, ey, Frau Pipsch, wir haben auch das Anges nicht bekommen, aber... Ich will euch jetzt natürlich auch nicht auf die Folter spannen. Die wollen natürlich auch, äh, noch ordentlich weiterkommen. Mhm. Ich bin jetzt erstmal nicht dafür, irgendwie Waffen zu kaufen, weil, äh, was soll ich sagen? Äh, das hat keinen Effekt. Navori-Klinge desgleichen. Das ist schon schön, wie viel, äh, sagt man aus vom Terra generell hier auch namentlich sollen. Weil ich sag mal die... Also von... Ne, wie gesagt, also... Ich glaube, die neue Ausrüstung, wenn wir uns das kaufen, würde ich machen, wenn wir für uns unsere Truppe fertig haben. Mhm. Wie gesagt, ich gehe momentan davon aus, dass die Truppe wird, halt, da besteht aus Braubilarium. Obwohl, Braum... Ich denke, er Braum, Jasu und Ari... Ähm... Und das ganz recht soll du zurückkaufen, oder was? Äh, ja. Äh, okay. Naja, wir müssen... Bräuchten wir theoretisch einen anderen Händler. Na, schade, schade. Da haben wir hier irgendwo irgendwas. Die haben wir auf jeden Fall noch eine Truhe übersehen. Zwei Truhen. Da unten ist der Angelplatz. Ihr könnt angehen. Das wäre nicht so weit weg, wir könnten es mal ausprobieren. Da wo der Angelhaken ist. Äh... Das war erst mal... Genau, aber erst mal sollten wir ausprobieren, ähm, wo wir denn jetzt genau hin müssen. Also, mal gucken, wo das auf der Karte liegt. Je nachdem entscheiden wir jetzt, ob wir dann auch angehen und nicht da unten hin. Da. Okay. Ist ja wirklich kein großer Schlenker, den wir machen müssten. Ähm, die Truhe weiß ich nicht, ob wir da reinkommen. Ich glaube, das war verschlossen. Das war aber da ganz unten bei der Abwrack werft uns noch eine Tour. Ja. An die kommen wir auf jeden Fall ran. Genau. Das sind wir hier in der Nähe. So. Und... Sagen, dass wir eben da runter gehen. Ja. Können wir, wie gesagt, jetzt auch mal das Angeln angucken. Ich denke auch, bin ich ganz ehrlich, äh, zu euch liebe Freunde. Weil ich mir das Spiel wahrscheinlich nochmal für die Switch holen werde. Und sobald wir das hier auf dem Kanal, äh, so, dass wir jetzt die Aufnahmen fertig haben, werde ich das privat wahrscheinlich auch nochmal zocken. Du bist... Du bist... Etwas hast du nicht verlaufen, glaube ich. Du bist nach links. Und hier runter. Weil das Symbol mit dem... Mit dem Angelhaken ist der Angelplatz. Ja. Äh... Aber erst... Erst... Erstmal zur Tour, genau. Oha! Diese Farbgemischte Pixel warst du bei mir. Das ist... Also wenn du sobald dich nicht bewegst auf der Overworld echt schwierig. Ja. Also in den Aufnahmen... Es sieht eigentlich noch aus. Ja, wie gesagt, das ist mir auch das Wichtigste. Äh... So, hier ist man jetzt angekündigt. Mal kicken. So, äh... Ausrüstung erstmal, ne? Okay, das geht, äh... Ausrüstung. Warte mal. Ist das eine normale Ausrüstung hier? Da landen sich... Skins. Bin ich mal raus. Äh... Da unten angeln. Ah, da hinten. Genau. Und da jetzt... Stahlangel. Die Köder müssen wir auch genau schmackhaft... Worm. So. Und auf E-angel auswählen. Okay. Uuuu... 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 Gucken. Weiß da was an? Ja, da könnte... Da... Da kommt was. Ignoriere mich nicht! Uuuu... Jetzt musste... Äh... Warte, ja... Wie... 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 Wie ging das jetzt noch mal? Leider ist das mit dem Tore sehr her, aber... Probieren statt studieren, würde ich sagen. Äh... Einmal versuche ich's noch. Ja... Ansonsten können wir uns natürlich bei einem Glauben über das zu tun. Ja... Gehen wir mal zu den Fischen, dass sie hier etwas näher sind. Kommt an! Einholen! 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 Ich hab... Ich... Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's noch nicht so genau raus, wie... Ne, ich kann's dir grad auch nicht sagen. Jetzt, äh... Äh... Und oben auf der... Auf T... Hast du... Nochmal irgendwie... Ne... Nur das Tutorial... Ne... Ne... Das ist das... Das ist nicht das, was wir wollten, eigentlich... Ja... 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 Also... Meine... Meine Theorie ist... Du wirst halt... Auch wenn die angebissen haben mit VASD... Gegenlenken müssen, während du mit E einholst. Äh... Ja... Ich hab's grad versucht, aber irgendwie... Ir... Irgendwie bin ich noch nicht so richtig... Ne... Wie gesagt... Ja... Es ist halt etliche Folgen... Und vor allen Dingen für uns jetzt mittlerweile... Glauben wir schon über... Drei Wochen her... Ja... Seitdem das Tutorial damals gezeigt worden ist... Da hatten wir doch keine Ahnung... Und konnten es nicht direkt umsetzen... Jetzt ist halt leider Trial and Error... Also... Okay... Denken jetzt... Neonqualle... Neonlights! Denen Wasser zu... Schwimmen... In einer einzigenartigen Farbe leuchten scheint... Aha... Okay... Okay... Noch mal einen... Wurf... Oder würde ich sagen... Gerechtig für heute erst mal... Mit dem Angeln, meine ich... Und zum Rest der Folge... Um dann... Uns schon mal zum Ziel auch zu begeben... Ein Schatz... Durch den ersten Schatz... Stufe 6... Okay... Guck mal nach... Äh... Inventar... Würde ich schätzen... Genau... Ne... Hier... Ah ja... Da... Tränke... Luxuspaket... Warum haben wir das denn... Wie aufgemacht? Ich glaube... Keine Ahnung... Irgendes Lächter... Okay... Ah... Okay... Das ist das... Wir verkaufen können... Jo... Okay... Gut... Ähm... Ja... Ich würde sagen... Wenden wir das anmelden... Und... Waren uns jetzt mal unseren Weg... Richtung Zielort... Noch ungefähr... Äh... 249... Sollten wir auf jeden Fall schaffen... So... Jetzt muss ich ja einmal nur gehen... Schlenker hoch und runter... Genau... Ich sag mal... Ich hätte auch nichts dagegen... Wenn wir jetzt heute ein bisschen überziehen sollten... Weil... Da war das wirklich... War glaube ich nicht richtig... Ne... 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 Zurück... So bin ich hergekommen... So jetzt... Nach links und dann noch um... Ähm... Ich hätte auch nichts dagegen... Wenn wir jetzt ein bisschen überziehen... Und... Äh... Dann vielleicht schon... Bis zu dem Punkt... Äh... Sind... Wo wir dann ablegen würden... Weil ich schätze... Dann wird noch mal eine Cutscene kommen... Ja... Gehe ich auch davon aus... Einfach dass wir dann jetzt... In der Folge vielleicht auch erstmal hier... Äh... Fertig sind... Mit Bilgewasser... Äh... Was ist das da oben? Äh... Was denn genau? Auf der Karte... Hattest du noch hier dieses komische... Fragezeichen... Direkt rechts von dir... Oberhalb... Äh... Gerüchtenerzählerin... Äh... Verbreiterung... Das sind wohl auch... So Sidequests... Äh... Äh... Die man machen kann... Ja... Das ist halt alles... Was ich gerne so... Entweder wenn wir dann so mit... Der... Äh... Story soweit voran sind... Dass wir das... Vielleicht noch einen Endkampf vor uns haben... Dann hatten wir noch Zeit für Nebenquests... Warte... Ich kann jetzt... Ja... Besprechen... Ja... Gut... Danke... Danke... Die Crew wurde zusammengestellt... Ich bin noch mal... Was ist das... Stimmt... Das ist das... Spricht... Ilau... Ich bin noch von... So... Und sich aus Loose... Ich denke mal... Wir sind bereits... Ja... Ist die Frage... Wo wir jetzt... Ich hab... Ich hab... Ich habe... Ich hab... Können gekriegt... Wir haben auch... Ist das deine Crew? Schätze schon... das ist ein buchhalter mit seiner tür da anbieten ja so sieht wie er so aus das wäre bereit alles und jeden zu zerschlützen hat sie einen namen dazu bin ich noch nicht gekommen sie wurde erst kürzlich erworben das gefällt mir das ist keine kreuzfahrt also macht es euch nicht zu bequem wir haben eine graue nacht aufzuhalten ich habe einen abgehalfterten räuberkönig zu töten und denkt daran von jetzt an heißt es kapitän kapitän das wird das braucht man sagen ja die beste truppe in ganz von terror die charmante dame fangen wir jetzt wirklich auf dem schiff können wir das spielen oder ist das einfach nur katzen der doula auch und sie bei joni hat das ein schönes potenzial aber du bist zu stürmisch ein orkan der gebändigt werden muss ich sehe dass jemand meinen orkan bändigt denke an alles was ich dir beibachte meister ich hätte meinen posten nie verlassen dürfen jasuo was hast du getan hast du denn keine ehre jone du irrst dich das war ich nicht ich ich war nur einen kleinen moment weg schämst du dich etwa nicht noch weiter zu lügen die wunden des meisters können nur von deinem herunterstamm oder bitte lass mich zu klein nein ich habe lieber kein publikum ah ja der einsame schwertkämpfer ein klassiker ich wollte nur meine ruhe die laue und die anderen loben dein talent in den höchsten tönen sprechen wir immer noch über meine musik wir kennen uns noch nicht aber wenn du wirklich so gut bist könnte ich ein mann wie dich gebrauchen einen mann wie mich manchmal müssen meine gegner überzeugt werden dein schwert könnte in bestimmten verhandlungen helfen ich habe schon eine aufgabe und eine pflicht zu erfüllen ach ja das verschwundene mädchen was immer sie dir bezahlt mein angebot ist verlockender ich habe geschworen sie zu beschützen und ich halte mein wort auch wenn ich bettel arm ende oder du stirbst du erinnerst mich da an ein sprichwort fürchte den krieger der in ungnade gefallen ist für ihn kommt stolz vor vernunft erlösung vor dem leben das ist aus ionia ich kenne es erzähl mir nichts von ungnade ich habe von erlösung gesprochen mich kümmern weder deine vergangenheit noch deine taten mein angebot steht ob du dein mädchen findest oder nicht aber damit das klar ist ich hoffe du findest sie viel spaß mit deinem solo wie das ja so nur mit seiner Flüte allein Raum du gewöhnst dich an die hohe see du bist ja noch an bord und das Wasser ist noch außerhalb der Schicht was bekümmert dich dann du machst dir Sorgen um deine Leute ja Raum hat schon viele Gegner besiegt aber diese Krankheit die meine Leute plagt sie ist nicht mit Faust und Schild aufzuhalten ich bewundere deine Stärke ja das ist eine von Braums besten Eigenschaften wir Guru respektieren jeden der sich nimmt was er will Stärke ist ein Werkzeug das es uns erlaubt im Moment zu leben und ich schätze wir haben eben einen solchen Moment ja einen den wir unter ich erhoffs dass wir dann wieder etwas vergehen die Guru Religion weiter diskutieren aber wegen des Meeres und den Schiffsbewegungen das war der komplexeste Satz den ich jemals von Braum gehört habe wenn Braum schlecht ist folgt ein gewaltiger Sturm eine Bitte entschuldigt mich so weg souveräne gekotzt alter gefällt mir oh my god best tableau muss ich dich wirklich daran erinnern dass man klopft wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen ja deswegen bist du auf meinem Schiff mit Kurs auf den gefährlichsten Ort der Welt was willst du noch von mir Sarah ich weiß dass du verletzt bist verletzt ja Gangplank lebt noch das sind natürlich keine guten Neuigkeiten für mich aber diesmal werden wir ihn richtig töten und dann geht es mir besser ich weiß seine Taten waren unverzeihlich aber Gangplanks Tod ist nicht meine Priorität ich will nur diese Graunacht verhindern aber Gangplank löst diese Graunacht aus du hast es in der Vision gesehen ich bin an die Schlangenmutter gebunden Sarah sie hat Pläne für uns alle sie will dass ich Bilgewasser rette aber sie sagte mir nicht wie die Göttin hat Vorrang ich kann nicht sagen wie sich das auf unsere Mission auswirkt aber du sollst wissen dass wir verschiedene Ziele haben ich will deinen Glauben respektieren Illaoi du meinst es sicher gut aber er hat meine Mutter umgebracht ich weiß ich weiß die Göttin wird mir bald ein weiteres Zeichen schicken doch bis dahin was zum am Deck sofort dieses bis dahin wäre vielleicht auch der beste Band gewesen und wie ich die Folge spende aber direkt auf uns zu ich gucke mal erstmal was passiert ich gucke mal erstmal was passiert sehr sehr schöne Aussichten quasi Anfang der Folge Bosskampf Ende der Folge bevor steht der Bosskampf und ja dann stand auch in der nächsten Folge wieder ein wenn wir dieser Sehwächter die Schlange war so ordentlich ein so den Deckel geben bis zur nächsten Folge haut rein rein